Abgesehen davon, dass ich noch am Leben bin, ist nichts davon überraschend. Technologie wurde stärker, aber wir nur schwächer. Wir bauten Computer, Roboter, ganze unbemannte Armeen. Und niemand fragt sich jemals, was passiert, wenn der Feind die Schlüssel stiehlt. Was wir für unsere Sicherheit entwickelt haben, wurde gegen uns eingesetzt. Da haben sie es endlich erkannt. Sie brauchen immer Männer wie uns, die bereit sind zu tun, was andere nicht können. Anstrengung Passant Untertitelung des ZDF, 2020